Musik 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 Ich tue euch mitten in die Götter rein ran. Aber Musik 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 ich bin eigentlich von beiden seiten habe ich mitten jetzt nichts gestochen das leben was wir machen wer ist denn hier schon wieder am waffen da sind so viele blutblasen gewesen so 34 blutblasen hier auf einmal ich für die herzen ich nehme hier ich krieg die blutblas nicht ja ich mache die auch betreut ich habe mir auch ein bisschen knapp das gegner blau blase war schon richtig dick da werden klickt mich noch mal irgendwann mal ist das alles riesig verschwenden nicht mehr einer gesicht weiter entschuldigt mich einen moment nein der mit dem feuer doch ich habe noch einen tank ja ich habe noch einen tank aber die sind auch fast tot zwei von den noch einen schild weg kollege aber bei mir ist einer noch blutblase ich habe aus reichweiten und gerannt der kaputt war unvermacht drei tränke wenn die in der horde da ihren will gar nicht gesehen der ganz dick der ganz dicke ja nämlich mal den boden geschlagen dann kam so eine welle die kleine kaputt war das noch so ein dicker ist klar ich habe auch nicht mehr viele wenn doch mal den kaputt zu kriegen ich habe auch keine tränke mehr ich habe gesehen wie der angriff gekommen ist und ich bin ja genau nicht bereit blase kaputt nein jetzt bin ich betrüft auch meine barriere hat mich vor der blase geschützt ich hoffe aber auch gerade noch so ich habe gar keine tränke übrigens nicht also ich werde definitiv leicht drauf gehen so ganz dicke weg das leben von wir haben uns denke kollega für mich nicht irgendwie irgendwo sehr im baffer anscheinend wir haben alle erhöhtes leben an die dann sind wir irgendwo ein baffer ein gegner schon schwanger selektierter angriff auch truhe ok ok auch vier wiederbelebungen dann sollten wir noch irgendwie schaffen ja ja das ist jetzt ein strudel hierher gibt es nicht ausgezeichnet da war ein ritter der reue der hat gesagt hat wir sind alle menschlich wir haben alle eine persönlichkeit komischen fanatischen orden da hier ist ein boss mit einem boss ja ich will mich erst mal hier umschaffen das sind wir klein sind ja auch noch alle gestillt das irgendeinem grund da ist ein waffer links ja genau da sind zwei waffer ultimate dann gerammt in dem blut spiel ja ja schon eine weile ich habe ja meine kettchen wieder obwohl ich weiß ich habe gerade getötet ich glaube auch so eine welle löschen wenn wir hier noch werden aber schnell tot nutzt den werter schlüssel also haben wir schon ein schlüssel am türen müssen wir jetzt mache ich auf ich habe den schlüssel nicht du hast ich bin so gut da nicht öffnen die türen öffnen sich da sind wir diese komischen dämonen die da fallen irgendwie wo ist das ist eingefroren die gefängnis tür kaputt blassen wir auf seine tür so ein schlägt ich habe nur gesehen wie die weg ja 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 wirklich von stunden oder so gemacht war ich glaube nicht doch mal ja leute dort direkt eingesprungen der blase zusammengezogen wurde ja ja und zusammengezogen ich bin da direkt reingeschaut ich kann ja gar nicht mehr okay der blistert fast kaputt gemacht ist der blase lassen papa der waffel ab entschuldigt mich bitte aber er hat mich gefehlt getötet von seelenverbrennerin alles klar ich weiß jetzt nicht wäre das ist aber okay ich habe gar kein angekündigt zu kommen sehen alles klar ja 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 mal sehen verbrannt ich habe nicht mal gesehen dass irgendetwas gemacht hat vielleicht wie die science klettert ein so einen super starken angriff kann gut sein ich habe nichts auf mich weil ich so und dafür dass sie so groß sind halt nicht aus ich mache die einfach nur vier schaden weil man kann das hat ja auch gegen den gewonnen ja 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 da hat sich das schild einfach nur zu nehmen bewegt rasseltyp ich denke nicht die toten bleiben tot ich bei mir dann nicht bei mir ich habe gar nicht dazu sein schild gemacht wenn wir die ganze zeit kommen ich bin ganz fröhlich ich bin ganz fröhlich boah diese blick alter auf mit den schocklanzen fucking hell da hat mich auf der anderen Seite soll mir nicht durchgehen aber nimm die tür nutze die tür was warum warum ich habe mich nicht geschlagen und dann hat mich für die schocklanzen gefehlt ich bin drin stehen bleibe ich nicht hier Aua 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 Ich bin schon wieder tot boah ich habe ja oh Gott ich muss sich allein ich bin schon wieder schock lachen ich bin schon wieder schock lassen ich bin schon wieder schock lassen ich hatte mehr als eur nein wir haben mich weggezogen der dafür aus stiefel verbrachte hier sind ein paar gegner aber ich krieg die blöde also nicht kaputt ich muss machen war schon wieder ja blitz hält mir ich gehe wie sogar knapp nur kaputt man tut mir diese schock glanzten die ganze zeit beschwören die komischen blitzkugeln da die der boden werfen dann wer die macht wie bossen sind zwei bossen aber ich bin ich kann mich nicht bewegen aber war noch eine blase der mich nicht erwischt ich mach mal kaputt schaden gemacht aber ich muss ja wirklich nur ein trank entschuldigt mich einen moment da sind die rasseltypen mir die bosse sind die bosse super da kann man ja da ist der baule eingestellt na jetzt kommt da jetzt kommst du ja nicht durch ich glaube ich ja gerade mit einem aber ich weiß nicht ob ich den krieg etwas geduld ich habe keinen zwang aber drückt mich gerade nicht da war so eine feuerkugel die einer beschwunen ich habe mich an die das genauer kollege da glaube ich mich weiter mit dir hier und ich kriege dich noch schnell kaputt ich weiß nicht wo der trank herr gekommen ist aber hat sich gewundert wo ich war aber ein stück klar oh mein gott einer von den zweck ich gehe von der blase renne ich mal am besten weg ich bin am ende der welt so richtig mal kurz finden er muss auch passen der gegner der boss ist da ziemlich in der nähe ich gehe den zum beispiel jetzt nicht aber der kann dich waschen ja was er fast wiederbelebt ja du komm mal her komm mal her durch nein ich hoffe ich habe keine tränke mehr blase ok immer ein bisschen taff ich habe keine tränke mehr trank damit ich krieg dir nicht kaputt einer gegner von dann der tank der tank ist hier keine falle ja da ist ja was ich bin schon dabei der ist weg ich habe ja tränke wir müssen andere richtung müssen hier rechts ich glaube wieder ein level ab also nicht ein level ab hier so ein paar und punkt sagen er bis jetzt weil er will bei mir ich stehe halt deutlich über die an die wand hat mich aufgetrennt für den ausgesicht ja gerade sind zwei blasen ich hätte nicht erreicht man hat gar nichts an schaden gegen die macht ich habe meine ultimate auf den gemacht hat nichts anscheinend 10.000 dämonen massaker ja ich bin dabei ja ich auch da habe ich aber weggezogen von mein so einer das kaputt das auch noch einer sich gerade ich muss kurz ihren punkt verteilen geschicklichkeit ich bin auch nicht wo es hat schwert schwächer aber damit eine feuer ein gerannt das war überhaupt hin nein wenn du sagst beschwörer meint die rasselschwinge beschwören ist irgendwie da tauchen die auf dem nichts auf wir haben dann auch den titel beschwörer und dass ich den gegner halt beschwören so jetzt machen wir noch schnell im boss kalt du schon wieder das ist schon mal in der welt des schwertes das ist schon mal hier das ist schon mal hier oh 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 du 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 auch ganz schön aus mittlerweile ja nicht besonders schwer stand da mittendrin kommt noch mal aus einem kreis daraus wird ja schubsen geht aber nicht so komisch gebalanced irgendwie die gegner die normalen gegner so stark sind aber die bosse da müssen wir mal den fixen dann kann man ja in stufe 59 natürlich das schips was gehen können ist dass wir alle sterben wenn dann sterb ich nur der ist jetzt in bar da sei doch nicht so bescheiden ich bin auch ein paar mal gestorben ich bin auch nicht was bist du ich bin auch ein paar mal gestorben dann gehen wir mal in level 59 ja muss aber gucken wo wir immer stehen ja da ist das war schwach vielleicht auch verwandt da ist der einzige level 59 der ist vulkanisch monster gift schaden wird also super lustig für mich wunderbar matrosenzuflucht auch nein ja nicht die mit dem wellen ja gott ich glaube das wird nicht auf deine im bahn ist verlassen ich glaube es wird zeit der tue meinen dankens solo macht ja genau wie weit ist denn da hinten meine fresse ich meine ich zu weiter scrollen 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 sheep and squish voll nochmal wieder am fernsehen aus meisterhause mein vater das war ja nicht tot von der umgebung nach wegen dem urkan ja das war meine schuld wir haben mich nicht du stehst da einfach du stehst da einfach das ist immer guter start für mich hervorragend der weg ist vom klimawandel getötet die explosion von denen nehme ich an ein weniger schaden monster fügen barrieren mehr schaden zu aber die die roten machen nur die blitze die greift die roten machen will mir das gehen rot bedeutet die man blitze die ampel oh gott bin ich weit geschwungen das war mal wo ja ich hab's gewähnt da sind aber nur so kleine die ersten mal dann gibt es noch so größer ja die da ich bringe was zu dir ja keine vulkan ich habe nur so angeguckt ja ja man darf nicht so lange im menü bleiben ja 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 ich bin tot glaube ich ja okay ich war gerade betäubt ja 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 also das ist die perfekte und da ist der perfekte Tag das ist der perfekte Tag ja ja das ist ein bisschen mehr Konzentration meiner Seite ja 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 dekker weiter von weißen waffe ich gehe sofort rein und da ist ein erster mart ich weiß es nicht er hat den bonus eingefreundet das ist ein vermachte abs hinterlassen da konnte ich nicht ausreiten egal wie ich weggerutscht wäre das eis hätte mich erwischen warum auf mich mir sogar kein kampf sagt er ist noch mal kommt wir hatten ausrüstungsgegenstand hier aus angeguckt hatte ich mich mal erledigen das halten wir von eurer garten wir haben einen schock widerstand auf einmal nicht egal ist wahrscheinlich schon weil ich bin ich bin das wahrscheinlich die sind schon wieder hinter und direkt von mir das ist echt bevorzugen wenn ihr euch nicht ständig und dann mein gott hat dafür aus exklusiv was das ist auch in der welt und pass auf der zu der glaube ich stand exklusiv schon weg da wäre welche überlebt und angriff kein ding gesagt noch hatte ich vorhin im volkant eingesprungen sehen erfüllte gegner sollen erleben als war die diese am leuchten sind wo ist ja noch ein seelen erfüllter typ wir haben uns einen guten ruf beschmutzt er war ja noch gestorben aber und gerade sagen da war schwierig ich muss noch einlexier einsetzen schon ich nehme und haben wir denn hier irgendwas geister schlechter oder irgendwie sowas natürlich nicht immer den ja ich habe stufe 60 ja mal ja was aber wir uns freuen können ja ob das gut ist weiß ich mal sehen der kommt ja noch klar ist ja noch nicht im moment ich sterbe mir hier ein bisschen zu oft aber das ist ja nicht noch gott oh gott die ganze bett den blöden total effekt ist macht ja für mich auch nur bei mir so dran die flutwellen typ glaube ich ja er ist ein tod glaube ich aber auch lange nicht so das sind gegner die tun die nicht wieder belegen die tuli beschwören aber aber das war ja wohl gerade auf feuer und wellen ja genau ich beträgt den mal das ist mir ein bisschen zu viel feuer also ich dachte ja noch für nur hingekommen ich gewundert hier sind über gegner blubbeflecktes gerätsbuch wir wollen gerade lesen keine falle da ist einer von hinten gespunnt über der küste über den meer na es ist trocken da tun wir rocken über dem meer er ist ja irgendwie immer so der klischee drin jeder der glaubt der schauspieler kann glaubt doch dass er irgendwie musiker ist ja ich bin dort der bekannter will ich nicht schnell genug weg der irgendwie eine schauspielkarriere hat sich ja also nicht ja ja ich habe ich geliebt als kinder und zwischendurch hat er auch erntet wurde aber auch eine musik ich mache immer so eine stator kaputt mit meiner welle ich war hier in der ecke ich konnte nirgendwo hin auswischen nein pass auf den vulkan haupt der wird jetzt nicht ausgehen wenn ich gedacht hätte ich mit dem ring wirklich was dass mich durch wenn meine schärte mal 20.000 schaden machen ich weiß aber schon wieder der blöde vulkan ist auf der bewegung bleiben ich muss auch meine ultimate rein mauer tentakel aber gerade voll überlastung für mich das ist eine welle das ist das alter die machen mir viel zu viel schaden alter war noch nie mehr so geschaffen ja erinnert mich an die sackgasse einfach nirgendwo immer hinrennen kann was auf dem vulkan auf nein sprichst du denn hin wieder in die sackgasse da rennt für den gegnern ab ich glaube wir sollten zurückgehen ich habe die tour aktiviert ich glaube wir sollten ein bisschen zurückgehen die truhe ich habe eine falle aber den jahr als erstes nein überlebt den angriff kein problem jetzt bin ich auch da in gerannt war ja ich habe es gesehen ich habe die vorigen den rein gerammt das war eine sehr schmerzhafte wille du bist tot nicht betäubt wir mal dahin leute der ausgebot deine schmerzen wir werden doch nicht das ist ein event hier was 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 das ist das ist das ist die 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 wohl ich in stärke willenskraft eine sekunde ich tue mal kurz mein brettchen ja stärker habe ich eigentlich genug so und den ganzen effekten ich will ins kraft doch da war ich will ins kraft stärke mein gott ok jetzt weiß doch kann man der sirene und er sind gegner aufgetaucht da ist der boss jetzt nicht groß hat der boss war von herum gelaufen und habe existiert naja der angriff glaubt er tut unser wandschotten und nicht mich irgendwie kein problem weil du wicht doch mein gott wie schnellste lieb betäubt ja ganz schön viel aus ja das ist doch nicht neu ich hätte sie hoch für da die ja das ist doch schon aber da war so kann und die vertreten immer da ein leute die habe ich aus dem volkant schön mal chill die vier ganze speck beschützte ich habe noch einen trank nur ist es jetzt langsamer verrecken kollegen das ist ein trank noch der vulkan man kann unter wir gleich schon wieder so ein was machst du denn hier weg ja schlimm ich habe einen krank mehr müssen jetzt kaputt so kann stress doch mal irgendjemand hier enttragen oder geht kaputt kann jetzt gehe ich denke so so alles klar ich habe jetzt mein erstes ding auf 21 und weiter geht das nicht gut zu wissen abgeschlossen blüfen meister aber ich eine auf 21 ich habe die ich bin am meister aller blüfen was ist denn ein meister und da meistens die deutschländer